Menschen in München mit Jörg van Hoven Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zu Menschen in München. Heute vom Haus der Kommunikation. Es gehört zu der Serviceplan-Gruppe und der Geschäftsführer und Gesellschafter. Von der Serviceplan-Gruppe heißt Florian Haller und mit ihm möchte ich mich über Werbung unterhalten. Menschen in München mit Jörg van Hoven Herr Haller, schön, dass Sie mal ein bisschen aus Ihrem Gewerbe uns jetzt zum Verstehen geben. Wenn man jetzt sich überlegt, was machen Sie eigentlich und es mal so in eine Zeile bringen möchte. Da gibt es Menschen, die sagen, es ist ein Kampf um die Augäpfel der Bevölkerung. Können Sie sich mit dem Satz identifizieren? Naja, das ist zwar sehr plakativ, aber am Ende des Tages ein bisschen kurzgesprungen. Wir machen am Ende des Tages Kommunikation für Unternehmen und für Marken mit dem Ziel, Umsatz und Wertschöpfung zu erzeugen. Gut, also für Menschen, die sich nun überhaupt nicht in der Branche auskennen und denken, okay, der macht einer Werbung, müsste man vielleicht doch mal erklären, was so die Eckpunkte sind. Also es gibt Sie oder fangen wir damit an, es gibt ein Produkt, eine Firma und dann gibt es die Konsumenten und Sie stehen dazwischen und versuchen, das Produkt an die Menschen zu bringen. Wer ist eigentlich der kompliziertere Part? Der Kunde, der das Produkt hat oder diejenigen, an die Sie es verkaufen müssen? Am Ende des Tages, die Menschen, an die wir es verkaufen müssen, sind entscheidend für unsere Arbeit, weil wir machen ja Konzepte, die am Schluss von Menschen gekauft werden sollen. Da entsteht dann die Wertschöpfung und da entsteht dann Umsatz und Gewinn. Und wenn diese Menschen das nicht kaufen, dann haben wir ein Problem oder hat unser Kunde ein Problem. Und deswegen liegt dort die große Herausforderung für uns. Wenn der Kunde jetzt zu Ihnen kommt und sagt, er hat ein Produkt, wie gehen Sie da vor? Schauen Sie sich das Produkt an und entscheiden dann, ob Sie das überhaupt machen wollen oder sagen Sie, egal welches Produkt, ist es eine Herausforderung, die nehme ich an? Naja, also idealerweise, ehrlich gesagt, setzt man einen Schritt früher an. Idealerweise kommt ein Kunde mit einer Idee und einem Konzept und man macht im ersten Schritt, untersucht man mal bei Menschen draußen, Zielgruppe nennen wir das, ob diese Idee, dieses Konzept, dieses potenzielle Produkt überhaupt auf Interesse stößt. Wenn das dann so ist, dann geht man im nächsten Schritt und sagt, wie kann ich denn diesen Menschen das jetzt verkaufen? Wie kann ich den Menschen das so darbringen, dass sie das interessant und begehrlich finden? Das ist der zweite Schritt. Und dann machen wir, wenn wir diesen zweiten Schritt gemacht haben, dann fangen wir an, in Kommunikation zu denken. Dann fangen wir an, in kreativen Ideen zu denken. Wie kann ich das filmisch im Fernsehen umsetzen? Wie kann ich das in Print umsetzen? Wie kann ich das im Internet immer wieder umsetzen? Diese Idee, um das Produkt oder die Dienstleistung, was auch immer ist, zu verkaufen. Also das wäre wahrscheinlich für Sie der Idealfall, wenn es dieses Produkt noch nicht gibt. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch den Fall, dass da ein Produkt da ist und es ist vielleicht ein Ladenhüter und der Kunde wird es nicht los. Das ist dann wahrscheinlich die schwierigere Variante, oder? Wenn ein Produkt schon länger da ist. Ja, das gibt es natürlich auch. Und da muss man einfach dann unterscheiden und sich auch mit dem Kunden ehrlich zusammensetzen und diskutieren, woran es liegt. Es gibt den Fall A, dass das Produkt schlichtweg unverkäuflich ist. Und unverkäufliche Produkte soll man auch nicht versuchen zu bewerben. Die sind dann einfach zum Sterben verurteilt. Und das sollte man mit dem Kunden auch offen besprechen und dann lieber alternative Produkte oder neue Ideen mit ihm diskutieren, die man machen kann. Die andere Option ist aber, das war zum Beispiel im MP3-Markt war das so, dass Produkte im Moment unverkäuflich sind, weil sie den Leuten nicht gut erklärt, nicht gut verkauft und nicht emotional inszeniert werden. Das ist der andere Fall. MP3 war zum Beispiel eben so ein Beispiel, also der kleine MP3-Player, das wollte kein Mensch haben. Und dann kam Apple plötzlich mit einem MP3-Player, der technisch gesehen nicht so unglaublich viel besser ist, dass das jetzt einen Markterfolg letztendlich erklärt hätte, sondern hat mit guter Kommunikation den Menschen das verkauft und begehrlich gemacht. Und heute sind sie eben der Marktführer in dem Bereich und erzielen auch noch die höchsten Preise. Sie müssen, glaube ich, auch sich sehr genau überlegen, wem Sie es verkaufen wollen und wie deren, ich sage jetzt mal, Zeitbudget, die 24 Stunden des Tages aussehen und wie es dann da reinpasst. Gibt es da eine Strategie, wie man erforscht, ob ein Produkt in den 24-Stunden-Rhythmus einer bestimmten Zielgruppe reinpasst? Ja, das gibt es. Also wir haben unterschiedliche Forschungsinstrumente. Eins dieser Forschungsinstrumente ist das, was Sie ansprechen. Das nennen wir Home Diaries, also das sind, oder zu Hause Tagebücher. Das ist ein Untersuchungsansatz, wo wir Menschen nach Hause begleiten und mit Ihnen zusammen zu Hause versuchen zu verstehen, wo passt das Produkt in den Tagesablauf rein, wie wird das Produkt überhaupt benutzt, wie wird es angewendet. Wir alle eine Tendenz haben, im Elfenbeinturm zu sitzen, uns Verbraucher oder Verbraucherinnen vorzustellen und nicht mehr vor Ort sind. Und das ist genau der Weg, um da drum herum zu kommen. Und wenn man jetzt sich die verschiedensten Marken anguckt, dann gibt es einfach erfolgreiche Marken. Also erfolgreichste Marke, da gibt es ja jetzt so eine Skala und erstaunlicherweise ist das ja wohl im Moment Google. Das ist so die Marke, die Coca-Cola dann so überholt hat. Wenn man Marken mit Personen in Verbindung bringt, ist das ratsam für den, der das Produkt versucht zu verkaufen, weil er ja dann sehr eng auch an dieser Person dran ist? Also was würden Sie sagen, sind die Vorteile, ein Produkt mit einer Person zu verkaufen? Was sind die Nachteile? Also wir nennen das Testimonial-Werbung, wenn man Persönlichkeiten, oftmals berühmte Persönlichkeiten oder auch nicht so sehr berühmte Persönlichkeiten einsetzt, um damit seine Marke zu fördern. Der Vorteil ist, so eine Strategie einzusetzen, ist A, dass man eine gewisse Aufmerksamkeit sofort erzeugt. Also hast du halt Britney Spears in deiner Werbung, dann gucken die Leute mal hin, weil sie das eben einfach mal interessant per se finden. Sie zeugt Aufmerksamkeit. Das Zweite ist, es gibt natürlich dann Überstrahleffekte, was das Image angeht. Ja, also Tiger Woods war lange Zeit als der Saubermann, als ein attraktiver Geschäftsmann und Typ und erfolgreicher Golfer, der technisch perfekt ist, bekannt und das haben sich natürlich gerne einzelne Firmen zu eigen gemacht und haben gehofft, dass ihr Produkt oder ihre Marke davon eben profitiert, dass das so ein Überspill gibt. Und am Beispiel Tiger Woods kann man genau sehen, dass genau dieser Effekt kann sich natürlich ins Gegenteil letztendlich dann natürlich auch wieder verkehren. Wenn man nämlich eine berühmte Persönlichkeit nimmt, die ein bestimmtes Image nach außen hat und dann kommt plötzlich heraus, dass diese Person ganz anders ist und das Image fällt in sich zusammen, dann schlägt das dann oft negativ auf die Marken über. Ein ganz berühmter Fall, wo das auch so war, war der Fall Sedlmayr in den, ich glaube, Ende der 80er Jahre, wo man auch mit einem sehr bodenständigen, bajuvarischen, volkstümlichen Image für eine Biermarke geworben hat und plötzlich kam da eine Wahrheit ans Licht, die eben ganz anders ausgesehen hat mit den genannten Konsequenzen. Würden Sie sagen, dass es bestimmte Produkte gibt, die sich besonders dafür eignen, dass man einen Celebrity, eine Berühmtheit dafür nutzt oder ist es im Grunde genommen für die gesamte Bandbreite machbar? Es ist im Prinzip für die gesamte Bandbreite machbar. Man besonders gerne gemacht wird es natürlich in den Luxus- und Fashion-Bereichen, wo man eben von einem glamourösen Image einer Person ganz besonders profitieren kann. Aber es gibt auch Beispiele für den Automobilbereich, wo das gemacht worden ist, für jetzt Katjes, die einen Kallmund einsetzt. Also das kann man schon in ganz unterschiedlichen Kategorien einsetzen. Der Punkt ist nur, man darf es sich nicht zu leicht machen. Es ist nicht so leicht, wie eine berühmte Persönlichkeit in seinen Film-Ei reinnehmen und dann hat man gleich einen Markterfolg. Wenn das so einfach wäre, dann wäre einfach jeder Spot mit einem Prominenten gedreht und dann würde sich das auch alles wieder egalisieren. Sondern es muss eben das Image des Prominenten sehr gut zum Produkt und zur Marke passen und muss ganzheitlich eingebunden werden. Dann funktioniert das in der Regel. Wenn wir jetzt mal so über Werbung allgemein sprechen, dann gibt es ja bei dem einen oder anderen so das Gefühl, dass Sie der böse Bube eigentlich sind, weil Sie Dinge verkaufen. Ist das etwas, was Sie versuchen zu erklären, dass es eventuell nicht so ist? Oder sind Sie es einfach? Nein, ich sehe uns nicht so. Also wir haben eine sehr wertvolle Funktion, finde ich, in einer Volkswirtschaft. Unsere Funktion in der Volkswirtschaft ist es, dass wir letztendlich Innovationen, Neuigkeiten den Menschen erklären, nahe bringen und damit zu einer Verbesserung von Produkten beitragen. Ich nehme ein oft kritisiertes Beispiel, das ist die Zigarettenwerbung. Wir wissen, dass das Bedürfnis der Menschen nach leichteren Zigaretten, nach mehr Gesundheit natürlich da ist. Also ist zunehmend Werbung, hat Werbung zunehmend sich orientiert an leichten Zigaretten und hat das dann kommuniziert und dazu geführt, dass der Nikotingehalt den Zigaretten abgenommen hat, unter anderem. Und dort, wo Werbung verboten ist, haben Sie einen gegenteiligen Effekt gesehen. Also das heißt, das hat einen positiven, das hat schon einen positiven Einfluss. Dieses Bedürfnis wecken bei Menschen, die diese Bedürfnisse vorher gar nicht hatten, beziehungsweise dadurch dann auch miteinander in Konkurrenz gehen, ist auch ein Vorwurf, den man der Werbung macht. Irgendwann machen wir keine Tabakwerbung, nur um das gleich klarzustellen. Stimmt, habe ich auf Ihrer Internetseite auch nicht gefunden. Also ja, das ist natürlich ein zweiter Vorwurf, den man uns in der Werbung macht, dass wir den Leuten Zeug verkaufen, was sie überhaupt nicht brauchen und Bedürfnisse wecken, die es eigentlich nicht gibt. Da finde ich, gibt es zwei Antworten sozusagen. Das eine ist, was man verstehen muss, es gibt auch emotionale Bedürfnisse von Menschen. Natürlich kann ich heute ohne einen MP3-Player und auch ohne ein iPad leben. Und ich werde immer noch überleben, das ist keine Frage, aber es gibt eben auch Bedürfnisse, die darüber hinausgehen. Und das sind natürlich auch Bedürfnisse, die wir dann auch auf eine Art befriedigen. Und der zweite Punkt ist aber, was wir wissen, ist, dass du kannst heute nicht ein Grundbedürfnis wecken, was gar nicht da ist. Also du kannst ein emotionales Bedürfnis befriedigen, was schon da ist, auch wenn es kein faktisches Bedürfnis vielleicht oder rationales Bedürfnis sein mag, das kannst du befriedigen. Aber du kannst kein Bedürfnis völlig neu kreieren. Das ist ein Beispiel auch, ich komme jetzt wieder auf die Zigarettenwerbung, mehrmals nachgewiesen worden, ich kann nicht jemanden, der nicht rauchen will, zum Rauchen bringen. Das schafft Werbung nicht. So mächtig ist sie dann leider nicht. Da würde Ihnen der eine oder andere widersprechen. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Herr Haller, jetzt sind Sie in einem Bereich tätig, der eigentlich nur schwer zu fassen ist. Das ist Kreativität. Haben Hunderte von Leuten, die für Sie arbeiten. Was ist, wie kriegen Sie das geregelt? Also Hunderte von Leuten in der Kreativität zu einem Punkt zu bringen, dass sie damit Umsatz generieren? Naja, also das liegt natürlich in der Aufgabenstellung. Also das heißt, wenn wir einen Kunden bekommen, dann erwartet er von uns, dass wir Ideen bringen, wie man sein Produkt verkaufen kann, an welchen Stellen und so weiter und so weiter. Und wir stellen natürlich Leute nach ihrer Begabung ein, diese Ideen liefern zu können. Also es ist ein eigener Berufsstand, kreativer in einer Agentur zu sein. Die gibt es in unterschiedlichen Ausrichtungen. Die einen sind kreativ im Bereich Text, die anderen sind kreativ im Bereich Bildentwicklung, die anderen sind kreativ im Bereich Filmentwicklung. Und diese Leute finden Sie hier halt dann. Dieses dann kreativ etwas aufzubauen, reden wir mal vom Werbespot. Dann gibt es ja auch bestimmte Mechanismen, von denen Sie wissen, dass sie funktionieren. Also zum Beispiel, welche Bedeutung hat Sex, Sexualität? Ist das eine Sache, wo Sie wissen, wenn ich das einsetze, dann habe ich damit immer Erfolg? Ja, so leicht ist es leider nicht. Also Sex ist natürlich, und Erotik ist natürlich eins der zentralen Grundbedürfnisse des Menschen. Das heißt, wenn Sie mit einem Produkt die Assoziation schaffen, dass es Sie sexier, erotischer, anziehender macht auf Frauen, dann ist das natürlich erstmal gut für das Produkt, theoretisch gesehen. Das Problem ist nur, das ist nicht die Assoziation, die für jedes Produkt funktioniert. Also mein Kugelschreiber im Büro hat eben mit Erotik nicht viel zu tun. Und das Zweite ist auch nicht glaubwürdig für jedes Produkt. Und das Dritte ist, dass Erotik sehr oft dann Produkte auch überstrahlt. Dass die Leute dann nur noch die nackte Frau, den nackten Mann im Kopf haben, aber dann nicht mehr das Produkt selber. Und deswegen ist der Einsatz von Erotik und Sexualität im beidensten Sinne in der Werbung kein Allheilmittel und überdies natürlich auch bestimmten ethisch-moralischen Grenzen natürlich unterworfen. Also dieser Spruch Sex sells, den es ja auch im Medienbereich gibt, Fernsehen, Print, den halten Sie für die Werbung nicht immer für zielführend. Sex sells, aber eben nicht alles. Wenn Sie jetzt an so einen Werbespot rangehen, was ist wichtig, dass der Konsument dranbleibt? Na ja, zunächst mal ist die erste wichtige Funktion eines Spots überhaupt mal gesehen zu werden. Er muss schon mal aufmerksamkeitsstark sein, um überhaupt die Aufmerksamkeit von uns, die wir heute zig verschiedenen Medienreizen ausgesetzt haben, zu erreichen. Das Zweite ist, er muss in der Regel eine Geschichte erzählen oder eine Art von Geschichten erzählen, die die Leute bis zum Ende hören wollen. Und deswegen müssen Spots heute zunehmend auch unterhaltsamer werden und können nicht mehr, wie das in den 60er, 70er Jahren der Fall war, nur noch informativ sein. Sonst schalten Leute ab oder schalten weg. Dieses interessanter werden, dieses gerade für junge Leute, dass die eher bereit sind, sich solche Werbespots anzugucken, da hat sich viel getan. Sie haben die 60er Jahre erwähnt, wenn man zum Beispiel in so Länder wie Amerika oder überhaupt in die anglophilen Länder guckt, die waren mit Sicherheit in der Werbung dem deutschen Markt voraus. Inwieweit sehen Sie, dass sich die Märkte, die Agenturen sich da auch angeglichen haben, dass es quasi eine eigene Werbesprache der Deutschen gibt? Eine eigene Werbesprache der Deutschen weiß ich nicht. Das ist natürlich heute in einer globalisierten Welt nicht mehr so zu trennen, wie macht man Werbung in England, wie macht man Werbung in den USA, in Frankreich und in Deutschland. Das ist schon, das verschwimmt schon sehr stark, muss ich sagen. Sie haben heute auch, wenn Sie im Kaufhaus nach Spanien gehen, ziemlich ähnliches Angebot wie hier in Deutschland. Traditionell wurde die deutsche Werbung immer als besonders langweilig gesehen, eher informationshaltig. Und das hat sich aber in den letzten Jahren sehr stark geändert. Also wir sind auch in den internationalen Kreativwettbewerben heute als deutsche Agenturen ganz weit vorne. Die als Agenturgruppe sind heute auf Platz weltweit, unter allen gemessenen Agenturen auf Platz 14. Und da gibt es noch zwei, drei andere, die vor uns sind. Also da müssen wir uns heute nicht mehr verstecken. Also würden Sie sagen, Globalisierung hat es im Grunde genommen für Sie einfacher gemacht, weil die Erlebniswelt der Konsumenten sich immer mehr auch ähnelt? Ja, das ist Herausforderung. Das ist natürlich, einerseits macht es das auf eine Art einfacher, internationale Konzepte zu machen, auch von Deutschland aus. Das ist keine Frage. Auf der anderen Seite macht es das natürlich auch schwieriger, weil dadurch, dass die Märkte so nah aneinander angebunden sind, weiß jeder, was der andere irgendwo in der Welt macht. Und man hat dann ab und an mal das Problem, dass irgendwo in Brasilien ein ähnlicher Spot gedreht worden ist, wie er eben bei uns in Deutschland gerade entstanden ist. Also Globalisierung hat den Vorteil, dass es die Welt enger zusammenbringt, die Erlebniswelten eher enger zusammenbringt, aber natürlich auch wahrscheinlich für Sie als Agentur die Konkurrenz jetzt auch internationaler werden lässt. Es würde mich natürlich interessieren, wenn ich selber ein Produkt hätte, warum soll ich zu Ihnen kommen? Was macht Sie besonders? Uns als Agentur? Ja. Naja, was uns besonders macht, ist wahrscheinlich unsere ganz spezielle Struktur. Also wir haben ein Konzept, das heißt Haus der Kommunikation. Das heißt, wir haben hier unter einem Dach, an einem Standort, insgesamt etwa 20 unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen, die hier zusammenarbeiten. Eines der ganz großen Probleme, Herausforderungen, die wir heute in Bewerbung haben, ist, dass es heute nicht nur TV gibt, dass es heute nicht nur Print- oder Zeitschriftenwerbung gibt, sondern dass es heute Internet gibt, dass es Foren gibt, dass es Blogs gibt, dass es PR gibt, dass es Event gibt. Und das sind alles Kommunikationskanäle, auf denen man die Menschen erreichen kann und die man aber im Zusammenspiel irgendwie beherrschen muss. Und das ist das, was uns hier unique macht. Und das haben wir in München, in Hamburg und in Berlin. Also die Herangehensweise an die Kunden, wo Sie jetzt Internet ansprechen, die hat sich natürlich auch verändert wahrscheinlich. Denn der Kunde kann jetzt ganz anders über die Produkte auch mit anderen Usern oder Verbrauchern kommunizieren. Wie nutzen Sie denn das, also diese Nähe zum Kunden, die ja jetzt eigentlich durch das Internet auch entsteht? Naja, also der Verbraucher hat heute viel mehr Mitsprachemöglichkeiten sozusagen bei Marken, als das früher der Fall war. Früher habe ich Werbung gemacht, indem ich den Leuten einen Spot ausgesendet habe. Dann habe ich gehofft, dass sie den anschauen und dass sie dann was tun, was der Spot suggeriert. Heute ist es natürlich so, dass, nehmen wir mal an, man erzählt den Leuten dort einen Blödsinn und das stellt einer fest. Dann gehen die Leute in Foren, in Blogs, ins Internet, tauschen sich aus, es erzählen immer mehr Leuten, immer mehr Leuten und das führt dann dazu, dass dein Produkt am Schluss erfolglücklich ist. Also das heißt, die Mechanik, dass ich über das Internet, über, wie nennen das, Social Media, über diese Plattformen, von denen ich gesprochen habe, eben Verbraucherstimmen austauschen, die muss man kennen und muss man mit berücksichtigen. Könnte man da auch einen Strich drunter ziehen und sagen, das Ergebnis aus all dem, was Sie gerade gesagt haben, ist, dass die Ehrlichkeit beim Produktverkauf einfach zunehmen muss? Ja, absolut. Werbung muss wahrhaftiger sein als früher, wie gesagt, weil es viel überschaubarer ist oder durchschaubarer ist und sie muss aber gleichwohl, muss sie auch unterhaltender sein, als das früher ist, weil die Leute heute nicht mehr so viel Muße haben, sich langweiliges Zeug anzuschauen wie früher. Jetzt müssen Sie ja irgendwie dann auch versuchen, in dieses Internet reinzukommen und mit denen zu kommunizieren. Verändert sich da eigentlich das Bild eines Werbetreibenden? Weil Sie haben es angesprochen, also vorher war es Fernsehen, Radio und eben die gängigen Medien, Print und im Internet entwickelt sich ja anscheinend etwas, was noch gar nicht so klar ist, wie man damit umgeht. Ja, da sind wir relativ weit. Wir machen also ein Drittel unserer Agentur arbeitet heute bereits im digitalen Bereich und das ist schon ein Medium, was wir mittlerweile recht gut verstehen. Also wir machen Werbekampagnen im Netz, wir platzieren diese Schaltungen im Netz, wir bauen Plattformen für unsere Kunden, wir beraten sie, wie man mit diesen Plattformen und Foren umgeht. Der Punkt ist nur, man muss einfach wissen, dass das heute nicht mehr so glasklar zu steuern ist, wie früher, wo ich einen Impact hatte und da habe ich ein Ergebnis, sondern dass das heute eine Wechselwirkung ist zwischen Marke, Verbraucher, Marke, Verbraucher hin und wieder zurück. Und das ist ein Prozess, den ich auch gar nicht vermeiden kann. Also wenn ich es ignoriere, dann passiert es ohne mich, sage ich immer. Aber die Chance darin besteht, das natürlich auch für sich zu nutzen. Sie werden sich daran erinnern, so Anfang der 90er Jahre, da hat man gerade im Privatfernsehen so diese Altersgrenze mal definiert. Man hat gesagt, zwischen 14 und 49, das ist die interessante Zielgruppe. Dadurch hat das Privatfernsehen sehr profitiert, weil das öffentlich-rechtliche Fernsehen die über 50-Jährigen hat. Jetzt verändert sich ja unsere Altersstruktur im Land und die über 50-Jährigen scheinen auch aktiver zu sein als die 50-Jährigen vor 20 Jahren. Ist das ein Trend, den Sie aufgreifen, wo Sie verstehen, dass das heute anders gemacht werden muss, als es damals kommuniziert wurde? Also Fakt ist, dass die älteren Zielgruppen, also über die 49, dass die enorm an Bedeutung gewinnen und ein Marktpotenzial darstellen, was heute kein Hersteller oder keine Marke in der Regel, zumindest wenn sie breit aufgestellt ist, vernachlässigen kann. Der einzige Punkt, der dem entgegenläuft, und das muss man eben gleichzeitig sehen, ist, dass die Leute im Kopf immer jünger werden und auch immer jünger bleiben wollen. Also, dass während ich früher mich vielleicht mit 60 alt gefühlt habe, ich mich heute mit 60 nicht alt fühlen will und deswegen auch nicht wie ein alter Mensch angesprochen werden will. Und deswegen zeigen wir oftmals Bilder, die natürlich jünger aussehen, als wie die Zielgruppe in Wirklichkeit ist, weil sie sich eben so sehen möchte. Und was sagen da Ihre Forschungsergebnisse oder Ihre eigene Erlebniswelt? Sind die 60-Jährigen wirklich nicht mehr so flexibel, was den Kauf von neuen Produkten anbelangt? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das überhaupt nicht. Wir haben im Gegenteil. Wir stellen fest, dass Einstellungskriterien, die sie früher bei 70-Jährigen gefunden haben, finden sie heute bei 60-Jährigen und die, die sie früher bei 60-Jährigen gefunden haben, finden sie heute bei 50-Jährigen, beziehungsweise umgekehrt. Also, nein, die Leute sind heute jünger im Kopf. Die Leute sind heute auch mit 60 durchaus noch flexibel im Kopf, wollen auch neue Sachen ausprobieren, kaufen, haben Geld. Also, das ist es nicht. Es gibt ein paar Produktkategorien, die einfach, wenn man über 60 ist, vielleicht keinen Sinn mehr machen. Aber von denen abgesehen sind alte, alte Leute sind bis heute mit 60 auch nicht mehr alt, faktisch. Aber sind Leute, die über diese Zielgruppenordnung von 49 sind, sind ein wichtiges Potenzial. Ist es so, dass wenn Sie diese Kategorie, die Älteren ansprechen wollen, das aber auch über jüngere Protagonisten dann angehen, das Thema? Absolut. Warum ist das so? Weil die Leute nicht als alte Leute angesprochen werden wollen. Wenn Sie sich selber fragen, wie alt Sie heute sind und sich dann fragen, wie alt Sie sich fühlen, dann werden Sie in der Regel mit etwa zehn Jahren jünger rauskommen. Und deswegen wollen die Leute nicht wie alte Leute angesprochen werden. Es gibt Ausnahmen, natürlich ab einer bestimmten Altersgrenze, wenn da bestimmte körperliche Schwierigkeiten, Krankheiten auf einen zukommen, dann ist das eine andere Sache. Aber solange die Gesundheit mitspielt, wollen die Leute nicht wie alte Menschen angesprochen werden. Und das ist einfach breit gesellschaftlich verwurzelt und das müssen wir akzeptieren. Es ist nicht so, dass wir einen Jugendwahn auslösen als Werber, sondern es ist eher umgekehrt. Die Gesellschaft möchte jung sein, möchte sich jung fühlen und deswegen müssen wir das eben oder werden wir das natürlich auch dann bedienen. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Ja, Herr Haller, Ihr Bild, das inspiriert natürlich. Haben Sie schon ein paar gute Ideen für Kunden gehabt, wenn Sie sich das Bild angucken? Nein, leider ist das bisher jetzt noch nicht passiert. Aber es ist schon so, dass Kunst und Werbung im weitesten Sinne was miteinander zu tun haben. Nämlich über die Brücke der Kreativität. Also Kunst ist nicht gerichtete Kreativität. Es ist Kreativität, die für sich selber einfach toll sein soll, wertvoll sein soll. Was wir machen, ist Kreativität, die immer einen Zweck, einen Nutzen, einen wirtschaftlichen Nutzen letztendlich verfolgt. Aber beides hat was mit Kreativität zu tun. Deswegen gibt es ja auch enge Schnittstellen zwischen Kunst und Werbung. Also es gab viele Werber, die Künstler wurden, wurden und umgekehrt viele Künstler, die wiederum Werbung gemacht haben. Gehören Sie zu denen, die glauben, dass sie von der Straße auch Ideen bekommen können? Also es gibt ja diese sogenannten Scouts, die da rumlaufen und sich gucken, was machen die Kids? Und dann im Grunde genommen, bevor die Kinder wissen, dass sie da was Neues entwickelt haben, es zwei Tage später im Fernsehen als neue Idee sehen? Absolut, absolut. Ich finde es ganz wichtig, dass unsere Leute, vor allem die, die wirklich am kreativen Produkt arbeiten, dass die noch rauskommen, dass die noch raus aus dem Büro kommen, mit Menschen, unter Menschen kommen, dass die ins Kino gehen, dass die in Ausstellungen gehen, dass die auf der Straße sehen, wie sich die Leute anziehen, was sie bewegt. Weil letztendlich, das sind die Menschen, mit denen wir sprechen und die müssen wir verstehen. Das heißt, Sie müssen immer Ihren Finger am Zahn der Zeit haben. Warum ist da im Moment eigentlich ein Trend abzusehen, wo Sie sagen, da geht was in eine neue Richtung, wo wir vorher noch nicht waren? Ja, also die größte Quelle für neue Dinge ist für uns im Moment wirklich das Internet, weil wir da eben einfach feststellen, das revolutioniert die Medien, das revolutioniert den Umgang der Menschen mit Medien, sehen, ob das ein iPad ist, der natürlich die Tageszeitung zumindest in Frage stellt oder verändern wird. Das heißt nicht, dass die Verlage deswegen abgeschafft werden, aber er hat Einfluss, das ist keine Frage. Das ist zum Beispiel mobiles Internet, wo ich plötzlich die Menschen auf dem Handy erreiche und Unterhaltungsformate bringen kann, bis hin dazu, dass Fernsehen auf absehbare Zeit interaktiv wird, also die Menschen mit dem Fernseher interagieren können, Dinge bestellen können aus dem Fernsehen heraus und so weiter. Also das ist wahrscheinlich der insgesamt der spannendste Block für uns. Viele wissen ja gar nicht, dass eine Agentur natürlich auch viel mit dem wirtschaftlichen Erfolg von Medien zu tun haben, weil sie die Etats eben auch in die Medien verteilen und dadurch die Medien leben können. Wenn man sich jetzt mal ein Medium rausnimmt, Sie haben es eben auch schon mal so ein bisschen durchgelegen lassen, Print, da wird im Moment, da haben viele große Angst und sagen, also Print ist im Grunde genommen ein Medium von gestern. Wie sieht das aus den Augen einer Agentur aus? Also erstens mal geht es den Verlagen nicht so schlecht, wie überall gezetert wird. Also wenn man eben Bildgruppe sieht, dann wird da heute noch 25% EBIT-Marge gemacht. Also das ist jetzt nicht so eine dramatische wirtschaftliche Situation. Bei anderen Verlagen sieht es anders aus, aber man muss das immer so ein bisschen auch ein bisschen irgendwo relativieren. Der zweite Punkt ist natürlich ist Print rückläufig, weil es kannibalisiert wird durch das Internet. Print wird nie verschwinden, davon bin ich fest überzeugt. Die ganze Mediengeschichte zeigt immer, dass mediale Innovationen zu Verschiebungen geführt haben, aber bisher fast kein Medium je ausgestorben ist. Also das Radio wurde nicht verdrängt durch den Fernseher, sondern es gibt heute Radio und Fernsehen und die Zeitung wurde nicht verdrängt durch das Radio, sondern wir haben heute alles drei. Also es wird immer Print geben, aber Print wird über die nächsten Jahre weiter rückläufig sein in den Auflagen und deswegen natürlich auch in den Werbeumsätzen. Für den Verlag heißt das einfach, dass er das als Bedrohung sehen kann und versuchen kann, dagegen zu arbeiten oder er kann sagen, naja, wenn das so ist, dann muss ich halt sehen, dass ich in diesem florierenden Online-Geschäft eben mir ein zweites Standbein aufbaue, so dass, wenn das eine runtergeht, das andere hochgeht und ich insgesamt eben nicht verliere. Denn, was immer gefragt sein wird, ist toller redaktionelle Inhalte im Bewegtbild, in Form von guten Artikeln oder wie auch immer. Das Problem scheint im Internet ja nur das zu sein, dass die Leute nicht bereit sind, dafür zu zahlen und deshalb hat man auch schon von dem einen oder anderen Verleger gehört, dass das Internet eben das größte Schnorrermedium ist, was es gibt. Können Sie sich irgendwann mal vorstellen, dass die Leute bereit sind, dafür zu zahlen oder ist es im Grunde genommen mal jetzt so eingeführt und wenn was so eingeführt ist, dann ist es ja fast gar nicht mehr möglich, es um 180 Grad zu drehen und den Leuten zu sagen, jetzt müsst ihr zahlen. Also das ist natürlich, der Verlagsmanager, der das gesagt hat, hat natürlich ausgelassen, die Frage, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass das das größte Schnorrermedium der Welt ist. Und die Antwort liegt meiner Meinung nach auf der Hand, wenn ich natürlich alles kostenlos anbiete, was die Verlagsbranche eben Mitte der 90er Jahre angefangen hat zu tun, dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Leute nichts dafür bezahlen, weil es ist ja kostenlos. Also worüber beklagt er sich über seine eigene Strategie? Also der große Geburtsfehler des Internets war es, dass man alle Inhalte kostenlos zur Verfügung gestellt hat und sich damit dann auch nur auf die Werbeerlöse konzentriert hat und gedacht, man könne nur mit Werbeerlösen ein profitables Geschäft betreiben. Und da müssen die Verlage natürlich wegkommen davon, dass sie ihren wertvollen Content, ihre tollen redaktionellen Inhalte nur verschenken. Und wir werden auf Dauer, werden wir zu einem System kommen, wo man eben, genauso wie man heute für die Süddeutsche Zeitung in der Früh sein Geld bezahlt, eben auch für tolle Internetinhalte auch was bezahlen wird. Und wir sehen den ersten Schritt dahin, macht jetzt das iPad, das eben sagt, wenn du in dieser Umgebung eine toll aufbereitete Zeitung durchblättern willst, dann kostet das halt leider Geld. Und in dem Szenario wird die Webseite wahrscheinlich auch noch immer bleiben, aber die wird dann sehr stark reduziert und nur für den, der mal so drüber gucken will, dann eben das richtige Medium sein. Um nochmal auf Ihre Werbespots und auf Ihre Produkte zu sprechen zu kommen, die Sie dann anbieten, damit man ein Produkt kauft. In Amerika war es ja eigentlich immer so, dass man tatsächlich auch über Werbespots gesprochen hat. Da war das gesellschaftlich und ist heute natürlich auch noch akzeptiert, dass man darüber spricht, Mensch, das ist ein toller Werbespot. Das war ein langer Weg, sowas hier in Deutschland zu etablieren und so richtig angekommen sind Sie doch bis heute da noch nicht. Oder erleben Sie das anders? Ach, das erlebe ich schon anders. Und zwar im klassischen Fernsehen ist es zugegebenermaßen schwierig, weil eines der Probleme, was wir haben, ist, dass die Spotlängen immer kürzer werden und dadurch ist es immer schwieriger, ist es im klassischen Fernsehen, schöne Geschichten zu erzählen, über die man dann auch weitererzählen möchte. Aber Sie sehen im Moment den gegenläufigen Trend im Internet. Im Internet ist die Möglichkeit, längere Spots einzustellen, relativ einfach. Ich zahle nicht pro Sekunde Airtime und da haben wir plötzlich längere Spots, die interessant sind. Und also ein Beispiel vielleicht zu geben, wir haben für BMW Motorrad einen viralen Film gemacht. Wir nennen einen viralen Film, ist ein Film, der ins Netz gestellt wird und so attraktiv und unterhaltsam gemacht werden soll, dass die Leute ihn immer weitergeben. Und das ist ein Spot, den müssen Sie sich unbedingt mal anschauen, der ist, ich glaube, drei Minuten lang und hat mittlerweile drei, vier Millionen Zugriffe, drei, vier Millionen Menschen, die sagen, Mensch, den musst du dir anschauen, den Werbefilm von BMW, den musst du sehen. Und dann plötzlich finden Sie Foren, worüber diskutiert wird, ist der Werbefilm denn wirklich echt? Ist der Trick, der da gezeigt wird, ist der real oder ist das ein Fake? Und plötzlich reden die Leute untereinander drüber im Internet und wahrscheinlich auch mal zu Hause im einen oder anderen Fall. Wie wichtig ist es Ihrer Erfahrung nach, die Menschen draußen mit einer Message, ich drücke es jetzt mal ein bisschen provozierend, auszubombardieren? Gibt es da von Ihnen Werte, wo Sie sagen, also so oft muss das Ding da draußen den Leuten um die Ohren gehauen werden, damit sie reagieren? Ja, das ist schon so. Also wir, Sie müssen sehen, dass heute der durchschnittliche Mensch vielen tausend Werbereizen ausgesetzt ist. Ja, das 99 Prozent, davon kriegt man gar nicht mit, aber dieses eine Prozent eben schon. Und um eben gesehen zu werden, muss man eine sogenannte Kontaktfrequenz erreichen. Also das heißt, muss man es als Werber schaffen, dass man eben gesehen wird. Und da gibt es unterschiedliche Werte. In der Regel spricht man von vier bis sechs Kontakten im Monat, um überhaupt eine Chance zu haben, erinnert zu werden. Und dann hängt es noch davon ab, dass es überhaupt relevant für die Menschen ist und auch so inszeniert, dass Sie Spaß haben, daran zuzugucken. Gäbe es in Ihrer Erfahrung Produkte, Produktwerbung, wo Sie sagen, da ist es ungeheuer gut gelungen, wie jemand es geschafft hat, sofort Aufmerksamkeit zu erlangen. Also da wird es doch sicherlich Kampagnen geben, von denen man auch in Ihrer Branche sagt, das war ein Knaller. Wenn uns sowas mal wieder gelingen würde, dann hätten wir einen riesigen Erfolg. Ja, da gibt es sehr viele Beispiele von sehr erfolgreichen Kampagnen, die eben sehr schnell einen Erfolg erzeugt haben. Also ein Beispiel ist sicherlich die ganze Einführung der Apple-Produkte in den letzten Jahren, mit dem MP3-Player mal angefangen, die ja mit einer Kampagne letztendlich beworben worden ist, die einfach ein Lebensgefühl der Menschen angesprochen hat. Wo die mit den Headphones und Schwarz-Weiß als Schattenfiguren überall zu sehen waren. Das ist eine Kampagne, die hat unglaublich gut funktioniert und unmessbar Erfolg gebracht. Da gibt es aber auch leisere Kampagnen, die sehr erfolgreich waren und sehr schnell Erfolg erzeugt haben. Hip ist zum Beispiel, Hip-Baby-Nahrung ist so ein Fall. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Hat ein enormes Vertrauen in die Marke geschaffen und diese Marke sicherlich nach vorne getrieben. Sixt ist ein anderes Beispiel, die mit einer sehr humorvollen Botschaft, die tolle Autos zu einem sehr günstigen Preis mieten, über Jahre hinweg gearbeitet hat, wo wir die Menschen gesprochen haben und Erfolg von Sixt sicherlich mitbegründet haben. Also wo Sie Six sagen, da gibt es natürlich ganz viele, die total auf diese Werbung abfahren. Da haben Sie jetzt für Renault einen neuen Spot gemacht. Machen Sie es wie Carla Bruni. Holen Sie sich einen kleinen Franzosen. Und dann ist natürlich in Erinnerung diese Sache mit Angela Merkel. Schaffen Sie sich eine neue Frisur an und Sie sitzt im Cabriolet. Ist das etwas, wo dann die Branche sagt, hätte ich auch gerne gemacht? Ja, das ist einfach, das muss man einfach sagen, das ist einfach sehr unterhaltende, schnell verständliche und eben dann doch relevante Werbung. und da muss man, auch wenn es nicht von uns kommt, einfach sagen, das ist toll gemacht. Abschließende Frage, Erfolg. Ist das bei Ihnen eigentlich messbar, im Sinne von, dass der Kunde dann sagt, ups, jetzt habe ich so und so viel Schachteln mehr von dem Produkt verkauft, seitdem ich mit einer Agentur zusammenarbeite, die eine gewisse Kampagne gemacht hat? Ja, in aller Regel schon. Es gibt unterschiedliche Formen, Erfolg von Werbung zu messen. Die eine Form ist es eben zu sehen, hat sich der Abverkauf, der Umsatz letztendlich durch das, was man gemacht hat, steigern lassen. Und wenn es Produkte sind, die abverkäuflich sind, dann sollte das auch passieren, ja, und auch sehr schnell sichtbar sein. Dann gibt es andere Kampagnen, die das gar nicht zum Ziel haben, mehr abzuverkaufen, sondern die zum Beispiel Unternehmens-Image nach vorne bewegen, sollen, ja, so eine Siemens-Kampagne zum Beispiel, da kann man dann untersuchen über Marktforschung, wie haben die Menschen davor über den Konzern XY gedacht, wie denken die Menschen danach über den Konzern XY, hat sich da was getan, hat sich da was verändert? Florian Haller, herzlichen Dank, dass wir diesen schönen Einblick mal in die Werbeindustrie bekommen durften. Danke fürs Gespräch. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Das war Menschen in München mit Jörg van Hoven. Das war Menschen in München mit Jörg van Hoven.